Dieses, aus diesem, wenn du mal einen Monat lang oder so nicht auf so einen Kurs raufschaust oder so oder zum Beispiel die Berkshire Hathaway Aktie ist so eine Aktie, die ist bei mir privat eine der größten Positionen, ja und ich weiß gar nicht, wann ich die das letzte Mal überhaupt angeschaut habe oder irgendwie mir Sorgen gemacht habe, was da jetzt gerade konkret passiert, ja und je selten man raufguckt, desto langfristiger wird irgendwie wieder die Perspektive und desto, da hat man so ein ganz anderes Zeitgefühl auch, ja, aber das ist, das fällt natürlich so schwer, auch durch die, natürlich einerseits durch unsere eigene Gefühle, die wir haben mit dieser Aktie oder mit solchen Sachen und natürlich dann auch angetrieben noch durch mediale Berichterstattung dazu, ja, dann ist halt auf einmal, ja, Elon bereut schon die Grünheidefabrik, habe ich gelesen damals, die nächste Hiobsbotschaft, weil es ist ein gigantischer sozusagen Geld. Cash-Pile oder so, ja, also völlig aus dem Kontext eigentlich gerissen und so erklärt und das macht es halt einfach schwer, da gechillt zu bleiben, ne. Ja, mir hilft da tatsächlich dann wirklich diese Strategie anzuwenden, die fundamentalen Entwicklungen vom Aktienpreis zu entkoppeln, auch in Bezug auf die Rezession, ja, natürlich kann jetzt in der Rezession alles noch viel schlimmer werden, aber ich denke mir dann, Tesla ist schuldenfrei, hat branchenführende Margen, in etwa so profitabel wie Ferrari, ja, von der operativen Marge. Ich habe das grob überschlagen, Tesla könnte, also angenommen, die Nachfrage kollabiert jetzt komplett, ja, aufgrund einer globalen Rezession, Tesla könnte das Model Y zum Preis des Ioniq 5 verkaufen und hätte immer noch eine positive Gewinnmarge. Ja, also das Model Y kostet irgendwie 10.000 Euro mehr als der Ioniq 5. Und andere Hersteller, die operieren ja jetzt schon mit hauchdünnen Margen und haben eigentlich überhaupt gar keinen Spielraum für Preissenkungen. Und das ist eben ein Wettbewerbsvorteil für Tesla in einer solchen Rezession zum Beispiel. Dann haben wir den Kaufbonus in den USA, der kommt erst nächstes Jahr, 7.500 Dollar und dieser Kaufbonus, der wird dazu führen, dass eben nur Tesla und GM davon profitieren. Ja, wir haben andere Dinge wie die Deflation, das heißt, wir sehen, dass Rohstoffpreise wieder fallen, all diese Dinge, die auch fallenden Margen wieder entgegenwirken können. Und wir haben andere Themen wie Giga Berlin, Giga Texas, du hast es gerade gesagt, die entwickeln sich gerade von einer Geldverbrennungsmaschine, wie es die Medien genannt haben, zu einer Gelddruckmaschine. Ja, auch wenn sie sozusagen jetzt 2023 keine riesigen Gewinne abwerfen werden, werden sie zumindest mal aufhören, Milliarden zu verbrennen. Ja, und das sind alles Themen, die dieser Angst entgegenwirken können, wenn man nur auf den Aktienchart schaut. Und das Thema Tesla Energy. Ich weiß nicht, wie sehr du da in diesem Thema drinsteckst, aber für mich fühlt es sich gerade wieder so ein bisschen an, wie Tesla 2018, 2019. Ja, wo nur Leute, die sich stundenlang mit dem Unternehmen beschäftigt haben, sich in den tiefsten Foren rumgetrieben haben, nur diese Personen hatten die Möglichkeit überhaupt, all diese Informationen, die vorhanden waren, aufzunehmen, aufzusaugen und dann darauf basierend eine Investmententscheidung zu treffen. Und bei Tesla Energy fällt mir auf, das ist ein Thema, das wird von 99 Prozent der Wall-Street-Analysten überhaupt nicht gecovert. Das kommt in den Analysen überhaupt nicht vor. Da wird gesagt, ja, das wird vielleicht mal 2030 oder noch später relevant. Wir haben keine Ahnung, was die damit verdienen können. Tesla ist eine Autofirma. Und bei Tesla Energy fällt mir jetzt zum einen auf, es ist kein zyklisches Geschäft, was wieder auch hilfreich wäre in einer Rezession. Ja, also das Autogeschäft ist sehr zyklisch, treibt gerade den Aktienkurs unter anderem in den Keller. Versorgeraktien sind in einer Rezession ja in der Regel sehr beliebt, denn das Geschäftsmodell eines Energieversorgers ist eben gerade nicht zyklisch. Und das ist ein Feld, das für Tesla gerade extrem wichtig wird. Die haben einen Backlog, also sozusagen Vorbestellungen, die bis in das Jahr 2024 reichen. Ich glaube bis Q3, Q4, Q24 komplett ausverkauft. Sie haben eine neue Fabrik gebaut in Kalifornien. Niemand berichtet darüber, die jetzt nur diese Megapacks herstellen und Produktionskapazität, die da angepeilt wird, sind glaube ich 40 Gigawattstunden pro Jahr, die wohl schon im nächsten Jahr erreicht werden. Und also die Skalierung dieses Geschäftsmodells ist eigentlich so offensichtlich gerade, gleichzeitig redet niemand darüber und ist aus meiner Sicht in der Aktie auch überhaupt nicht eingepreist. Und wenn man sich in diesen Foren jetzt rumtreibt und wirklich viel Zeit investiert, dann findet man da sehr spannende Dinge. Es gab zum Beispiel vor ein paar Tagen den Vorfall, dass auf der Bestellseite für diese Megapacks, im Quellcode der Webseite, ich weiß nicht warum, wieso, weshalb, aber im Quellcode der Webseite war sozusagen die Preiskalkulation, die Tesla durchführt, ersichtlich, auslesbar. Man konnte in diesem Quellcode herauslesen, dass Tesla scheinbar mit diesen Megapacks eine Bruttomarge von 60 Prozent anpeilt. Das muss jetzt nicht unbedingt heißen, dass diese Bruttomarge jetzt schon kassiert wird, aber dass sozusagen in den nächsten Jahren hier eine Bruttomarge von 60 Prozent für diese Megapacks möglich wäre oder zumindest angepeilt wird. Man darf ja auch nicht vergessen, in den USA kommt jetzt ein riesiges Subventionspaket, der sogenannte Inflation Reduction Act, ja, ein sehr schöner Name für ein solches Paket, wo, glaube ich, 35 Dollar pro Kilowattstunde, die in den USA hergestellt wird, nochmal als staatliche Subvention obendrauf kommt. Wenn sie sagen, durch nachhaltige Energie gewonnen wird, oder? Oder was meinst du jetzt? Genau, genau. Und Tesla erfüllt sozusagen all diese Kriterien. Das heißt, es muss ein bestimmter Prozentsatz der seltenen Erden in den USA geschürft werden. Die Produktion, der Zusammenbau muss zu einem bestimmten Prozentsatz in den USA kommen. Ganz kurz, das finde ich ja immer so lustig bei Joe Biden, wenn der so gesagt hat mit so, ja, Amerika und bla und GM und so, ne? Dabei hat GM immer so sehr viel von ihren Fabriken und so in Mexiko gehabt. Und Tesla hat von Anfang an damals immer alles in Amerika produziert. Aber egal, das ist wieder ein anderes Thema, ja. Ja. Ja, Joe Biden. Aber was ich sagen will, wir haben hier mit Tesla Energy, und Tesla ist jetzt auch Energieversorger in einigen Staaten, das heißt, du kannst deinen Stromvertrag bei Tesla abschließen, redet auch keiner drüber. Ja, oder die Supercharger, ne? Die sie für alle freigeschaltet haben, alle Elektroautos in ganz, und ich sehe das ja auch hier auf der Insel, ne? Die Leute, die mit ihren Elektroautos rumfahren, die sind dann auch im Tesla Destination Charger und Tesla Supercharger und so. Wo sind denn die ganzen anderen Charging, sozusagen Stationen der anderen Automobilhersteller? Wo haben die denn das ganze Netz schon alles vor Jahren dran gedacht? So, ah, okay. Das ist, also, das ist doch so wie damals, und hier sind auch so viele Fehlanalysen meiner Meinung nach. Das ist so wie, stell dir vor, wir springen ein paar hundert Jahre zurück, und alle Leute, die es sich leisten können, die haben ein Pferd für die Mobilität oder einen Esel oder eine Kutsche oder irgendwas. Und dann kommen die ersten Automobile. Wusstest du, dass damals, als die ersten Automobile gefahren sind auf der Straße, da haben die, ich weiß zwar nicht zu 100 Prozent, ob es stimmt, aber ich habe es mal gelesen, dass die am Anfang an den Automobilen vorne so Pferdeköpfe ran montiert haben, weil sonst die Pferde sich immer erschrocken haben im Verkehr, ja? So, und dann kann ich mir richtig vorstellen, wie die Leute alle so am Straßenrand standen und so alle gesagt haben, na, das wird sich niemals durchsetzen. Wie sollen denn die alle betankt werden? Wir haben doch gar keine Tankstellen, um die alle zu versorgen und so. Wie soll das denn passieren, ja? Und Tesla hat langfristig gedacht und hat von Anfang an dieses Supercharger-Netzwerk mit aufgebaut. Und da merkt man doch einfach, wohin die Reise geht, ja? Und da kann jetzt auch jeder andere natürlich laden und der muss dann natürlich auch was zahlen. Ich weiß jetzt nicht, wie hoch die Marge da genau ist, wahrscheinlich nicht so hoch. Aber das sind halt eben auch so Sachen, die natürlich da auch mit reinspielen noch, oder? Absolut. Und deswegen würde ich sagen, meine Prognose, um das Thema abzuschließen, Tesla Energy, speziell die stationären Energiespeicher, werden viel schneller, viel relevanter für das Unternehmen Tesla und damit die Aktie, als die allermeisten sich das bisher vorstellen können. Ja, das wird richtig, richtig interessant. Schon im Q4, Q1 erwarte ich da also Zahlen, die einigen, glaube ich, die Augen öffnen könnten. Und dann gibt es eben so viele andere Dinge, ja? Full-Self-Driving haben wir überhaupt nicht gesprochen bisher. Ja, der Cybertruck, ja, spaltet ja auch die Gesellschaft sozusagen in zwei Camps. Die einen finden ihn todhässlich. Ich persönlich würde ihn kaufen, wenn ich nicht in Deutschland wohnen würde, weil es hier wahrscheinlich total absurd und sinnlos ist, einen solchen Truck zu fahren. Oder der Roboter, ja, der vor einigen Wochen vorgestellt wurde. Auch, glaube ich, komplett falsch verstanden, ja, was Tesla mit diesem Roboter überhaupt plant oder was dieses Event auch überhaupt bedeuten sollte, ja? Also, ich habe ein Video dazu gemacht und tausende Kommentare bekommen nach dem Motto, der kann ja gar nichts, ja? Also, das ist ja völliger Quatsch. Boston Dynamics ist da schon viel weiter. Aber wo sind denn die Roboter von Boston Dynamics? Ja, die bauen Roboter, seitdem ich auf der Welt bin. Seit den 1990er Jahren bauen die Roboter. Wo sind sie? Und die kosten dann halt eben 350.000 Dollar oder so. Die sind ja nicht für den B2C-Markt gedacht, ja? Genau. Oder etwa so da... Wenn man lobt, dann ist es natürlich peinlich, dass sie bisher noch kein marktfähiges Produkt auf den Markt gemacht haben. Aber der Unterschied zu Tesla ist ja, dass sie, denen traue ich halt zu, sowas eben für den Massenmarkt zu machen, für einen Preis von irgendwie 20.000 Dollar oder so. Und wenn du dir dann vorstellen kannst, dass das Ding irgendwann mit der Mundgasse gehen kann, dann ist es natürlich abgefahren, ja? Ja, genau. Aber ich finde, man sollte aber da nicht aufpassen. Ich finde schon, man sollte da nicht so auf Frank Thelen so diese Ebene rutschen, der dann so irgendwie so mit diesen ganzen zu optimistischen, so von wegen, wir werden alle nur noch, weißt du, was ich meine, ja? Also ich glaube, man sollte, so eine Aktie sollte auch dann noch kaufbar sein, wenn sowas nicht realisiert werden kann. Und bei Meta ist es zum Beispiel so, ich glaube, dass Meta auch ohne das Metaverse in Zukunft noch Potenzial hat und kaufbar ist. Sonst, ich würde jetzt niemals so die Aktie kaufen, weil ich darauf setze, dass das Metaverse klappen muss, ja? Also nicht diese, wenn das kommt, dann wird es erfolgreich, Kalkulation, sondern so diese Entwicklung, die jetzt bereits am Laufen ist, so wie du jetzt gerade gesagt hast, mit Tesla Energy, das ist was ganz anderes, ja? Wenn man schon sieht, das ist jetzt schon relevant, da würde ich zustimmen, also speziell der Roboter, der Roboter, den sehe ich, also in meinem eigenen Bewertungsmodell spielt der Roboter überhaupt keine Rolle. Keine Zeile ist dort für den Roboter reserviert. Für mich ist das quasi eine Call-Option, ja, die in der Aktie eingebacken ist. Wenn dieses Ding in 20 Jahren abheben sollte, dann ist das schön und gut, aber damit beschäftige ich mich derzeit tatsächlich nicht. Bei FSD muss ich sagen, sehe ich es ein bisschen anders, also Full-Step-Driving, sagen ja viele, da ist der Entwicklungsstand noch so weit hinterher, dass wir wahrscheinlich autonome Fahrzeuge nicht vor 2040 bekommen. Ich finde die Entwicklung dort überraschend schnell. Man darf nicht den Fehler machen, jetzt sich in seinen Tesla zu setzen, speziell in Deutschland, und zu sagen, oh, der kann ja hier nicht mal Schilderkennung. Dann kann es mit dem Tesla FSD ja wohl nicht so richtig funktionieren. Man muss tatsächlich auch hier wieder tief graben. Aber das ist auch so ein Bullshit, Max. Sorry, das ist aber auch so ein Bullshit. Ich sage es jetzt ganz ehrlich, ja, ich muss an dieser Stelle kurz mal was sagen. Jonathan ist einer meiner besten Freunde und so, ne, Jonathan Neuscheler. Aber er hat auch so ein Video geteilt von Tesla, wo der dann, weil es sozusagen Frost war, der dieser Knopf da eingefroren war und du die Tür nicht mehr aufmachen konntest und so. Ich finde das so lächerlich, weil auch diese Schilderkennung, ich fahre dieses Auto jeden Tag, ja, und diese Schilderkennung ist verdammt gut. Und klar ist da ab und zu mal, wenn da irgendwo ein Baum oder irgendwas steht, dann denkt das Auto in dem Moment, das ist ein Passant oder so. Aber das ist dann in einem von irgendwie tausend Fällen und so. Und ansonsten ist das Auto eben so, dass es Sachen schon lange erkennt, bevor du es irgendwie jemals wahrgenommen hättest, ja. Und das ist, da dann immer zu sagen, oh, die Schilderkennung funktioniert nicht, das ist halt einfach so ein Witz, ja. Das ist wirklich ein Witz. Ja, trotzdem hat der Tesla-Autopilot, speziell auch der deutsche, die deutsche Version, ja, überhaupt nichts mit FSD zu tun, ja. Also mit der FSD-Beta-Version, die in den USA. Das sind separate Systeme. Ich glaube nicht, dass der Autopilot überhaupt noch entwickelt wird. Das ist quasi Stand vor zwei Jahren. Ja, aber trotzdem siehst du ja, wenn du aufs Display guckst, schon das, was das Auto alles dir anzeigt und sieht. Und da siehst du ja, also ich sehe ja, wenn ich fahre, dass er das 30er-Schild erkennt. Ich sehe ja, dass er erkennt, dass da vorne ein Lastwagen ist und so weiter. Das ist ja alles in dem Display sofort wiedergegeben. Und auch wenn wir jetzt die Zulassung nicht für FSD und so weiter hier haben, ist es sozusagen trotzdem so, dass diese Erkennung ziemlich gut funktioniert. Ja, meiner Meinung nach. Da würde ich aber auch wieder dazu raten, wer da wirklich sich ein unabhängiges Bild machen will. Wie ist der Entwicklungsstand von Full Self-Driving? Was könnte das für das Unternehmen Tesla bedeuten? Erstens würde ich sagen, so viele Videos wie möglich schauen, denn es gibt Kanäle, die sozusagen jeden Tag dieses System testen und da stundenlange Videos hochladen mit all den Problemen und Fehlerchen, die es immer noch gibt. Und zweitens gibt es einen Community Tracker, heißt das. Das ist quasi ein Excel-Sheet, wo ein paar hundert Beta-Tester eintragen, wie viele Kilometer sie ohne kritische, also critical disengagement nennen die das, oder normal disengagement, also das Abschalten des Autopiloten, wie viele Kilometer sozusagen fehlerfrei zurückgelegt werden können. Und die Kurve geht exponentiell. Ja, das ist sehr faszinierend zu sehen, dass also immer mehr Kilometer ohne Abschaltung dieses Systems zurückgelegt werden können. Und das kann ich auch gerne nochmal verlinken unter diesem Video. Ganz kurz, es gibt auch noch eine andere Sache, aber auch bezüglich autonomes Fahren in Europa allgemein und in den USA. Man muss wissen, in den USA gibt es eine Sprache und ein System quasi und eine Art von Schildern so größtenteils über alle Staaten. Und in Kanada wahrscheinlich auch noch ähnlich. Und in Europa gibt es sozusagen in jedem Land andere Verkehrszeichen, andere Farben, andere Anordnungen der Straßen. In manchen Ländern fahren sie auf der anderen Straßenseite und so. Das heißt, es wird allgemein in Europa wahrscheinlich, egal für wen, sehr viel schwieriger, da an den Start zu gehen, als jetzt in den USA, wo alles ja sehr ähnlich ist. Die künstliche Intelligenz muss auf jeden Fall spezifisch auf die jeweiligen Regionen trainiert werden. Und da fehlt sicherlich noch einiges an Fortschritt. Aber zusammenfassend würde ich sagen, wir versuchen gerade einen kühlen Kopf zu bewahren. Wir versuchen uns nicht zu sehr verrückt zu machen und nicht jeden Tag ins Depot zu schauen. Und versuchen zu trennen zwischen Elon Musk, der sehr viel mediale Aufmerksamkeit auf sich zieht, der Tesla-Aktie, die gerade aus sehr vielen Gründen sehr schlecht performt, und der Firma Tesla, der es fundamental gesehen ziemlich gut geht. Und die aus unserer Sicht eine ziemlich gute Chance hat, in fünf, in zehn, in 15 Jahren deutlich besser dazustehen als heute. Würdest du das als Fazit unterschreiben? Genau, ja. Und ich würde halt eben auch immer noch dazu sagen, dass man eben halt als Aktionär sich klar machen sollte, dass sich das wahrscheinlich nie ändern wird, diese Konstellation. Also es ist sozusagen naiv anzunehmen, dass das irgendwann mal anders laufen wird bei Tesla, oder? Ich glaube nicht, dass es irgendwann mal ruhiger zugehen wird oder dass es irgendwie mal so zu einem Punkt kommen wird, wo alle sagen so, ah, jetzt ist sozusagen das Ganze endlich auf einem Level, wo es keine solche Ausraster mehr oder irgendwelche Eskapaden oder irgendwelche Sachen, die auch eben fälschlicherweise als solche gewertet werden, von Elon Musk oder so gibt. Ich glaube, es wird immer so sein, weil der Mensch von der Art und Weise, wie er ist, sich halt nun mal sehr selten ändert. Das gilt jetzt sozusagen für alle Menschen, ja. Wenn Tesla irgendwann einen CEO wie Tim Cook an die Spitze setzt, dann könnte da auch sicherlich etwas Ruhe einkehren. Die andere Frage ist, ob dann noch diese Innovationskraft, die Apple aus meiner Sicht auch ein bisschen fehlt derzeit, ob diese Innovationskraft mit einem Lenker wie Tim Cook dann noch gelingen würde. Und man muss bei Apple eben auch immer mit dazu sagen, das gilt ja für viele Leute immer so als sicherer Anker im Depot oder die haben ja richtig gut im Vergleich zu Big Tech sonst performt eigentlich auch. Aber man muss auch bei Apple sehen, dass die eben auch sehr, sehr, sehr viele Aktienrückkäufe gemacht haben in den letzten Jahren. Und ob die das in dem Stil weitermachen können für immer, das ist eben auch eine spannende Frage. Und was dann mit dem Kurs eben auch mal passieren kann, ist auch klar, ja. Ich glaube, Apples Cash-Reserven sind von über 200 Milliarden auf jetzt etwas über 40 Milliarden schon abgeschmolzen innerhalb relativ kurzer Zeit. Also dass in diesem Umfang Rückkäufe weiterhin erfolgen, ist durchaus fraglich. Aber ich danke dir sehr herzlich für deine Einschätzung, Col, ja. Und ich hoffe, wir sehen uns demnächst in einem anderen Video, vielleicht zum anderen Thema nochmal auf diesem Kanal. Ja, hat mich auch gefreut. Und ja, wir versuchen natürlich weiterhin rational zu bleiben, auch wenn es manchmal schwerfällt. Das kann man ja auch durchaus mal zugeben, ja. In diesem Sinne. Bis dahin. Ciao. Und nicht all in gehen. Ciao.